Einen schönen guten Morgen hier aus dem sonnigen München. Mein Name ist Dieter Begel, ich bin Verleger und Geschäftsführer von Optimum Medien & Service GmbH. Unsere neueste Kreation ist das vierteilige Kartenset, das wir unter dem großen Motto Vitamin G3, also gesund, glücklich mit Vitamin Grün, produziert haben. Und jedes dieser vier Sets enthält 21 Tipps, wie man sich gesünder und besser verhält. Und ich habe hier das erste Vitamin Grün und du deine beste Medizin in der Hand. Jetzt schaue ich mal, was mir heute so gefällt. Also gestern hatte ich Morgenstunden mit Liegestütz, das machen wir heute nicht. Ich habe hier, ah das ist lustig, ein Lächeln im Gesicht. Das kann jeder, das kannst du direkt machen. Und das schafft dir ein gutes Gefühl und dein Mitmenschen übrigens auch. Also warum ist Lächeln so wichtig? Gerade in Zeiten von Social Distancing, deshalb, weil Lächeln verbindet. Und wie das funktioniert, das steht hier auf dieser Karte, die Teil dieses kleinen, wundervollen Sets ist, was 6,99 kostet, also weniger als ein gutes Modemagazin. Und was man überall kaufen kann. Einen schönen Tag!